... Also meine lieben Freunde, ich habe gehört, dass... Moment mal, da ist jetzt eine... ...Kiste mit einem Dokument... Das ist ein neuer Plan. Beziehungsweise eine Planerweiterung. Die Gärten. Kann ich da dran zoomen, irgendwie? Nee. Ja. Das war jetzt cool. Dann nehmen wir doch einfach die. So, Scarepoint. Hätte ich jetzt auch ohne Untertitel lesen können, tatsächlich. Jetzt hoffen wir mal, dass man... Kann ich den aufstehen? Ach, ich stehe ja schon. Okay. Ich bin allerdings ein bisschen verletzt. Ich sollte mir überlegen... Wie geht das nochmal? Ja, genau, R1. Mich zu heilen. Wie viel von den Dingern habe ich denn eigentlich noch? Ja, Moment. Ah, ich habe glaube ich vorher vergessen, nachdem ich das zweite Mal gestorben war, in der Mine unten nochmal eine Flasche aufzunehmen. Da lag glaube ich nochmal eine rum. Die habe ich jetzt nicht genommen. Das ist doof. Sonst hätte ich jetzt noch eine zweite Flasche übrig. Aber es wird sicher auch ohne gehen. So, also machen wir weiter. Kann ich hier rennen? Bin ich jetzt auf den Hund getreten? Nein. Nicht doch. Aber mit Hundi scheint was zu sein. Aber wir kommen dem Ganzen näher. Dem Gjaule. Links. Falle. Ja, du. Weißt du was? Du hast mich gerade eben ganz böse angeknurrt. Wenn ich dir jetzt helfe, darfst du mir nichts tun, okay? Soll ich dir helfen? Ich helfe dem armen Kerl. Hörst du auf. Aus. So, Best Buddies. Ganz plötzlich. Und unverhofft. Der lacht sogar. Er wird jetzt mein stetiger Begleiter sein und mich beschützen. Er wird sie alle zerreißen. Oder er haut einfach ab. Okay. Ich höre wieder jene interessante Stimme. Wir gucken uns jetzt aber ein bisschen um. Okay, das war's schon mit umgucken. Da ist Stacheldraht überall. Oder halt irgendein Draht. Ist schon ein Stacheldraht, oder? So. Naja, feiner. Feiner Stacheldraht. Tut gar nicht so weh. Also. Ja, also es scheint ja... Ich gucke mal in die Karte. Es scheint ja so zu sein. Wo bin ich denn? Yes. Also wenn man das Ding wenigstens ranzoomen könnte, ne? Mal ernsthaft. Also ich bin jetzt da oben rechts, so wie das aussieht. Da ist jetzt eine merkwürdig markierte Stelle. Also das ist je nach Pavillon da oben. Ja. Ah ja. Hier müssen wir jetzt wieder, oder können wieder Sachen machen. Wahrscheinlich auch wieder relativ zügig. Oder aber... Hier könnte ich jetzt... Da könnte ich auch. Und da könnte ich auch. Von der Seite ging das gerade eben nicht. Oder ich hab's nicht gesehen. Ne, ging auch. Und das hier wird dann wahrscheinlich aufgehen. Und da ist ein Stuhl drin. Sowas wie ein elektrischer Stuhl oder sowas. Jetzt schauen wir mal. Na klar funktioniert das nicht, wie ich's mir vorstelle. Okay, wir machen das Ganze noch mal. Hallo? Warum geht nix? Dann ist die Reihenfolge vielleicht nicht richtig. Dann probieren wir's hier. So als erstes. Moment, wieso hat's jetzt hier vibriert? Da hat der Controller vibriert. Und schon wieder. Okay. 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 Ach, der Opa, äh, äh, mhm, ah ja, mhm, ja genau. Ergibt für mich noch nicht so wirklich Sinn jetzt grad, ne? Äh, also wirklich, ich weiß nicht, was ich jetzt hier machen soll. Das kann ja nicht allzu kompliziert sein. Es sind ja nur drei Glocken. Es sind ja nur drei Glocken. Ich muss mir das Ganze doch noch mal aus der Nähe angucken. Westen, Norden, Ost. Vielleicht muss der Pfeil in eine bestimmte Richtung zeigen. Es gibt ja nur den einen, so wie es aussieht. Die Frage ist, wohin bewegt er sich? Okay, wenn ich... Okay, der bewegt sich immer einmal. Also von einer Windrichtung zur nächsten. Okay, das macht Osten und Norden. Zwischen Osten und Norden und das geht nach Westen, so wie es aussieht. Westen. Ich hab keinen Plan. Ich bin ganz ehrlich. Null Checkung. Ich bin ganz ehrlich. Okay, also ich bin einfach... Ja. Ich war jetzt im Prinzip wieder das Allereinfachste vom Einfachsten im Prinzip. Ich musste nur immer da die Glocke betätigen, wo mir der Pfeil hin gezeigt hat. Also da habe ich mich jetzt die ganze Zeit ein kleines bisschen dumm angestellt, sagen wir es mal so. Man interpretiert dann immer gerne doch ein bisschen mehr rein, als es dann tatsächlich ist. Das ist ein Zylinder. Wir brauchen Zylinder. Ja, kann man drehen. Und... Mich deucht, dass ich diese Zylinder in diese Kugel rein tun kann, die ich vorher gefunden habe. Vielleicht, vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Die muss ich vielleicht auch irgendwo anders rein tun. Auf jeden Fall habe ich diesen jetzt mal. Das ist cool. Ja. Ich musste so viel dafür leiden. Ja, ich habe... Ja, also wenn man jetzt das fertige Video hier sieht, ja... Und nicht den Stream, weil den Stream sieht ja keiner. Den guckt ja keiner an. Ähm... Dann wird man sehr, sehr viel Material nicht gesehen haben. Sehr, sehr viele Minuten nicht gesehen haben, die ich hier verbracht habe. Und im Umkreis, die ich vor allem aber mit Sterben und Verfolgtwerden verbracht habe. Das ist ein Häuschen. Waren wir da drin? Ich glaube ja. Ist kein Häuschen, ist nur eine Mauer. Ja. Jetzt probieren wir mal folgendes. Hier ist noch eine Kiste. Cool. Ich aber nicht öffnen kann. Nicht so cool. Okay. Diese Richtung... Will ich eigentlich gar nicht. Das Telefon. Okay, da komme ich raus. Ich habe das Gefühl, ich muss irgendein... Also ich muss ja wieder zurück zum Hotel. Das heißt... Zu meiner... Linken... Geht's auch lang. Ich muss jetzt aber wieder aufpassen, dass hier wieder... Leute rumlaufen. Nimm doch die Flasche. Okay. Okay. Das sind alles meine eigenen Schritte. Das sind alles meine eigenen Schritte. Okay. Okay. Das ist ja zumindest mal etwas. Muss ich mal jetzt hier. Da komme ich jetzt glaube ich wieder ins Hotel. Weil ich werde... Weil ich werde diesem Rätsel da... Äh... Werde ich ja eh nicht... Herr irgendwie. Ich vermute, ich muss da erstmal eventuell... rausfinden was... Leben... Weil ich es erlaube... Weil mein Bruder und ich es am Leben erhalten. Von welchem Wesen reden die? Wo ist er denn hier? Wo ist er denn hier? Das ist die Tür. Aber... 100%. Was? L2... Villa... Und R2. Jawoll. Es geht hier weiter. so jetzt bin ich aber ziemlich ach du wo bin ich denn wer ist das ist auch so eine kreatur die jetzt gelähmt ist wo bin ich eigentlich scheiße scheint garten zu sein da ist ein fragezeichen da ist wahrscheinlich eine verschlossene tür ähnliches das ist ein großes quadrat auf dem wir uns jetzt hier befinden von dem ich eigentlich dachte dass das wieder im hotel ist habe ich aber geirrt jetzt werde ich hier ein bisschen rumschleichen geht jetzt wieder die muss jetzt erstmal wirklich wieder regenerieren ja da ist ja jemand ok 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 ganz langsam alles ist gut also mir wäre es eigentlich ganz lieb also ich sag mal selbst wenn ich jetzt hier sterbe ist es immer noch nicht so schlimm die sequenz jetzt gerade eben die kann ich ja schnell mal wiederholen das ist nicht das problem allerdings hätte ich schon gern zumindest mal den nächsten chronograph gefunden heißt es chronograph dieses gerät welches höhle wieder gibt mit einer riesigen töte dran nein oder legt mich doch am arsch muss ich hier wieder hebel umlegen oder das ist der repetitiv ja wie gesagt macht ja nichts wenn ich sterbe es ist ich bin relativ zügig wieder hier allerdings würde ich jetzt hier gern die möglichkeiten nutzen die hebel erstmal zu suchen dann kann ich die vielleicht nachher relativ zügig ablaufen hier scheint aber nur einer rumzulaufen das heißt es ist auf das gelände gesehen gar nicht so schlimm den kann ich relativ gut weiträumig umgehen da wäre er schon das ist ein telefon und das schnaps geil telefon weiss ich jetzt nicht ist das eine gute idee ah ne ist gar kein telefon ist so eine sicherung ja ja ok der ist jetzt da vorne wenn es jetzt blöd läuft muss ich jetzt erst wieder zu dem tor und dann wieder zurück aber das ist ja relativ wurscht hier scheint wirklich nur einer unterwegs zu sein ja zweiter der geht noch nicht das heißt ich muss wirklich wieder zuerst zur tür zuerst zur tür zurück da knopf drücken dann zu dem hebel zurück dann wieder zurück zum knopf drücken finde ich ein bisschen doof dass man da auf so relativ ich sage jetzt mal großen terrar tatsächlich noch so hin und her dackeln muss verfolgt er mich eigentlich ah ja der ist jetzt da ok also es scheint wirklich der einzige zu sein ich wiederhole mich ich weiß aber wenn das wirklich der einzige ist dann ist das hier völlig in ordnung moment ich höre jetzt habe ich doch so eine spieluhr gehört ich meine die sind optional das ist alles nicht so wild wenn ich da mal eine nicht finde aber ich hätte sie dann schon ganz gerne wenn ich sie schon höre hier war ich schon was zur helle da ist sie da vorne ok 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 da vorne diese wolke das ist hoch interessant ich bilde mir ein dass da in der nähe dann auch die spieluhr ist soll ich es denn mal probieren es sind doch mehrere ich höre sie wieder die spieluhr jetzt wird sie wieder leise ich höre schritte sie kommen näher oder sind mir zumindest mal relativ nah sollte irgendwo da sein diese spieluhr wobei es natürlich sein kann dass ich eh schon die eine oder andere übersehen habe das werde ich mir aber zumindest mal erstmal die es werde immer mehr oder irre ich mich nein ok ok die sind vor der tür oder ich weiß wenn ich aufmache ist wahrscheinlich doof ne es ist eine beschissene situation ich höre wieder ich höre wieder eine spieluhr ich höre wieder klingt als wäre sie hinter ihrer tür höh ah das macht ihr überhaupt nicht aufmerksam ich komme gleich wieder Da ist was, oder? Ist das was? Ja? Was ist das denn? Eine Schallmodulator-Karttische. Vermutlich für irgendeinen Sicherungskasten oder so. Okay, ist in Ordnung. Nichtsdestotrotz habe ich hier doch noch so eine Spieluhr gehört, liebe Leute. Egal. Soll ich mal spaßhalber? Ich könnte ja, ne? Es würde ja gehen. Auf der anderen Seite... ...habe ich nicht wirklich Bock. Ist hier am Boden diese... Hier hört man ist relativ laut, das Geräusch von der Spieluhr. Aber gut, wir haben jetzt da vorne auf dem Feld auch eine stehen lassen. Denk ich zumindest. Was? Ah ja. Alles klar. Nee. Ei. Tür zu. Nein. Das ist ja jetzt scheiße. Okay, also ich brauche diese merkwürdigen Dinger für die Kugel. Aber die scheinen rar gesät zu sein. Die scheinen rar gesät zu sein. Ich bin mir zie... Ne, oder? Du drehst einfach wieder um, ne? Das ist lieb von dir. Gibt's doch nicht. Ich brauche hier für den Schlüssel. Wo soll jetzt der Schlüssel sein? Der muss ja hier in der Nähe sein. Wo ist er jetzt? Wo ist er eigentlich reingekommen? Hier. Ne, der ist noch hier. Der ist noch hier. Der ist noch hier. Der ist noch hier. Kann ich vielleicht hier raus? Kann ich gehen? Komm bitte nicht hierher. Wollen wir doch beide nicht. Oh, guck mal, da steht. Da ist... Okay. Das könnte ich noch. Große Wiedereröffnung Scare Hotel. Sonderverstellung von Elizabeth Williams, der neuen Maid of Scare. Der Tochter des berühmten Gesangswunders Prudence Williams. Genießen Sie die friedliche Ruhe und die Heilwasserquellen von Scarepoint. 30. Oktober 1897. Okay, Geräuschkulisse bricht plötzlich ab. Ich fühle mich hier nicht wohl. Ähm, ich möchte gerne einen Schlüssel haben für die Tür da drüben. Ich habe keinen Plan, wie ich jenen bekommen soll. Oh, wenigstens finde ich ein paar Sachen. Bringt mir aber nichts, weil ich sollte ja irgendwie... Krakenschlüssel. Und ich habe schon Krakentüren gesehen in dem Spiel. Jetzt ist nur die Frage, ist das da eine Krakentür? Eigentlich ja nicht. Muss ich jetzt die komplette Map wieder zurücklaufen? Das möchte ich nämlich nicht. Das ist ein Krakenschlüssel. Ja, schön. Also, ich probiere den jetzt einfach mal an der Tür. Ich glaube aber nicht, dass er da passt. Wobei, warte mal. Ist doch Krakentür. Oh ja, da haben wir es doch. Hallo. Krakenschlüssel. Krakenschlüssel. Yellow. Mach's gut, du Loser. Der Schlüssel ist mir, äh, nach wie vor erhalten geblieben. Ja, okay. Ich habe ja mehrere Krakentüren gesehen. So ist es ja bis jetzt gelaufen. Das heißt, den werde ich jetzt auch bei mir behalten. Was steht denn da? Theater. Theater. Da wollen wir ja gerade drin. Da gehen wir auch nicht mehr hin. Da ist ja gerade ein Schauspieler drin, der hat sich verkleidet. Und spielt seine Rolle verdammt gut. So. Wieder ein Telefon. Ja, hören wir doch auf. Musizierzimmer. Okay, ich höre schon wieder interessante Wesen, Dinge tun. Die Frage ist, wo tun sie diese? Und wo kommt das Telefonklingeln her? Ich muss mich ja in die Richtung absichern, von dem her muss ich überall gucken gehen. Steht da jemand oder ist das die Statue? Irgendjemand hat irgendwo eine Tür geöffnet. Der ist jetzt nicht da vorne reingekommen, oder? Ich denke nicht. Also wie ich es von Don't Knock Twice her kenne, haben sich die Entwickler das so ein kleines bisschen zur Aufgabe gemacht. Irgendwo immer wieder random irgendwelche Geräusche einzufügen, die einem das Gefühl geben, da stimmt was nicht. Das gelingt, aber meistens passiert da tatsächlich gar nichts. So gute Zeit. No. 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 Inundauelarvemron